Was geht ab Leute, hier neulich Games hier und willkommen zurück zu Final Fantasy 7. Hören wir die Materie auf. Was könnte das sein? Toxin! Gift können wir tatsächlich gebrauchen gegen diese Viecher. Vielleicht sogar auch später, aber ich will nicht ständig Materie hin und her wechseln. Wäre ganz geil, wenn wir die auch leveln würden. Kiefer Clown! Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Analyse ist schon geil, Barriere ist geil. Das ist schon Stufe 2, wir sind auf dem besten Weg, Stufe 3 zu erreichen. Analyse ist Max. Glute ist auch fast voll, mega cool. Hat so Spaß Materie zu leveln, ich weiß nicht, das ist so ein cooles System gewesen. ACB Boost, sorry, vergesse ich so oft. Macht vielleicht schon keinen Sinn mehr, das zu benutzen. Frost. Fast ein Level Up, geil. Gebäht auch, benutze ich wirklich sehr wenig mit Aerith. Auf maximalem Level kann ich es mir richtig gut vorstellen, sogar. Gewitter ist auch fast fertig, heilen ist auch fast eine Stufe höher. Na gut, Hälfte. Ungefähr über die Hälfte. Shiva ist ausgemaxt. Ich will nicht wechseln, ich könnte Toxin-Parrot geben. Habe ich dem tatsächlich früher auch gegeben. Ich glaube Bio hieß die Materie ja früher. Ja, ich habe es gesehen, immer mit der Ruhe. Lass mich die Materie erholen. Alles hat so einzelne Segmente. Geh da rüber. Dann nächster Punkt. Geh da rüber. Mann, ey, die Zeiten, wo man sich noch selber den Weg suchen musste. Lange vorbei. Ich habe das Tor zugemacht, was auch immer das gebracht hat. Oh, ja. Was ist diejenige mit Blitzen? Krass, wie die Schockanzeige hochgeht, wenn sie die angreift. Generell der Schaden. Die macht wenig, aber ist ganz komisch. Ne, Moment, das war... Fuck, ich bin doof. Das war Feuer. Das war's. Der Finisher. Ich mache irgendwie mal nur Mutangriff. Was früher eine Materie war, ist jetzt einfach eine Fertigkeit. Das ist so merkwürdig. Jetzt können wir das wahrscheinlich wieder zumachen. Okay, macht Sinn. Jetzt mal die Kisten kaputt schlagen. Spannend ist eine Menge Kill. Was wir für deine Ausrüstung stecken können ohne Materia. Das war's. Dammit. Ich kann nicht mehr Gedanken über was Korneio sagte. Ich weiß. Ich auch. Es muss sich ein Trick machen machen. Es gibt keinen Weg, dass sie so weit gehen können. Aber... Aber was ist Korneio wirklich was zu sagen? Wir müssen uns da in Zeit zu stoppen. Wir müssen uns da. Genau, spring einfach drauf. Und gerade, wo es spannend wurde. Okay, here we go. Almost there. That was close. Thanks. You saved me. Least I could do. Hear that, Cloud? Come on. Ich hab schon gedacht, da springt ein Vieh raus. Focus. Still thinking about the plate? Yeah. The future isn't set in stone. That's what I always tell myself. Yeah. I hope you're right. How about this then? Think of something fun. After saving Sector 7, you're gonna... I'm gonna... Go shopping. Topside. I'll buy stuff for the bar. Decorations. Coasters. Can I come? You'd better. Then it's a date. Cloud can carry all our stuff. He'll be our pack, Chocobo. What was that about me? Nothing. Huh? Huh? No way! Come on, Chica! Cloud! Hold on tight! On three, okay? One, two, three! Sorry about that. No need to be. Yay! You're the guy. The guy gets me... ... ... ... Or... ... ... ... so ein titanreif wäre nicht schlecht hat moment mal ich habe kein titanreif mehr doch sage ich doch wusste ich hatte noch eingekauft jetzt immer noch mit real oder war das ziemlich ich glaube das war sogar nicht schlecht für sie wird auch titan was machen wir hier rein kraft nach wie vor stärke erhöht sich vitalität erhöht sich wer aber geil wenn wir so ein bisschen magie pushen könnten magie werde erhöht sich um 5 geht natürlich der angriff auf wiederum runter auch für er es ist das richtig gut bohr ist gekauft blutfrost gewitter heilen das übliche ansonsten können wir uns jetzt nicht leisten gut das ist ganz okay das ist ganz okay ausrüstung ins kraft erhöht sich auch nicht schlecht wow magischer tag geht hoch um 6 also kraft habe ich nicht gesehen das ist natürlich praktisch okay noch eine bank nein doch man muss sich ausruhen auf der portion bank oh man wäre schön wenn wir langsam mal hier rauskommen wir sind immer noch in der kanalisation moment ich glaube hier durch die tür müssen wir weiter okay hier kämpfen wir noch mal eine runde ich nehme nicht die einzige ratte oh die lebt noch bitte oh ne es ist eine andere bam ja sauber gebet gewitter forst perfekt alles mal eine runde nach oben gravitationssphäre was ist das ich denke die tp von gegnern im wirkungsbereich um 25 prozent wirken nicht bei sehr starken gegnern wie zum beispiel bossen ist klar wäre es nicht geil wenn man so ganz kleine sachen hat so wenn man die bosse so ärgern kann die man so zufällig findet fände ich voll cool und eine versteckte ladezeit let's go noch ein paar krabbenviecher zu killen die werfen noch mal die halbe kanalisation auf uns samt der ganzen widerlichen schlacke unglaublich die macht soviel schaden damit durch das sony krass ich dachte das sind kisten das sind aber welche ja Können wir vielleicht das hier lang? Ich hab keine Ahnung. Machen wir die Ratten fertig. Bam, 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 bam. Alle auf einmal. Total dominiert. Fass zur Hölle. Da müssen wir 100%ig wieder weiter. Warum den Fugo da drüben noch kaputt? Ja, ich weiß ja, ist Blugu. Ah, gerade beim letzten Schlag. Oh, what the hell. Hier gibt es ja auch noch runter. Andere Seite ging es aber auch noch runter. Und dahinter noch. Da scheint mir der Raum abgeschottet zu sein. Da können wir nicht hin. Da läuft doch noch ein Vieh da hinten rum. Also erst mal hier runter. Ja, und dann hier und dann hier. Hahaha. Widerstand. Oder Widerstand. Ja, klar. Oh, fuck. Das ist noch falsch. Und dann war Eis effektiv. Geil. Schock. Oh, geil. Mogrim-Medaille gefunden. Seelenohr-Ring. Wobei der Weg hat sich gelohnt. Ausrüstung. Cloud von mir aus. Kraftreif. Ein beseelter O-Ring, der ein verblassenes Bewusstsein zurückbringen kann. Belebt den Kampf einmal automatisch wieder. Pfff, nee. Anfänger-Accessoire. Muss zugeben, ich bin in keinem mehr. Gut, wenn man verreckt, ist es natürlich praktisch. Ich hab lieber meine Stats hoch und Baller einfach drauf, was ich hab. Wurzoo, sowas. Naja, gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind. Haben wir das Ganze auch nochmal aufgedeckt. So. Langsam hier mal raus. Ich hab die Schnonze voll von dem Scheiß. Ne Menge Supertränke gefunden. MP werden auch ständig geheilt. Oh, immer noch Kanalisation. Man denkt so, oh, Licht. Und dann, oh, immer noch Kanalisation. Hier ist bestimmt wieder irgend so ein dämlicher Schalter. Ja, Riesenkonsole, viele Knöpfe, ein Riesenschalter. Hey, Cloud, das sind weiß ich nicht. Irgendwas stimmt, bestimmt wieder. Ja, war klar. Okay. Ja. Okay. Okay, vertrauen wir denen. Aber ich muss... Okay. Dann pumpen wir.